Das ist der Start in einer neuen Karriere. Auf das Alter ein etwas Neues machen, etwas Feines, nicht so ähnlich wie oben. Das ist American Football und wir sind brutal ehrgeizig mit Alberto in der anderen Mannschaft. Und wir nehmen Vollgas. Weisst du, auch mit den Kleinen. Einfach rein. Keine Gnade. Das ist eigentlich noch praktisch, dass die Kleinen auch mitspielen. Ja, für mich ist das sehr gut. Weil sie sind etwa auf meiner Höhe, die Kleinen. Und von der Massen her bin ich aber stärker. Und darum, also keine Gnade. Das ist wirklich gefährlich. Das ist schon eine Zerrung. Aber die habe ich schon letzte Woche gehabt. Und dann hast du den falschen Ehrgeiz. Wenn du startest und schon wieder zack. Ja, ich habe nicht mehr zu wenig. Aber bereust du es ein bisschen eigentlich? Dass du jetzt erst im höheren Alter eigentlich einstiegst? Ja, ich habe vorher mit dem Präsidenten gesprochen. Und er sieht ja schon noch Potenzial. Aber ich denke eher bei den Senioren. Vielleicht auch bei den Sensenioren. Ich bin zur Kolinien. Blau. Imberto hat Geld. Ich höre nur für. Ich höre nur für. Ich höre nur für. Ich höre nur für. Come on! Come on! Ich höre nur für. Das ist das für euch. Das war jetzt wie ein Bauer. Oh! Oh! Wie sieht es aus? Neue Karriere. Im Football? Nein. Ich glaube nicht. Aber es funktioniert gut. Hast du das schon kennengelernt? Ja, selber habe ich nie gespielt, mal ein paar Bälle geworfen, ab wenn ich in Amerika bin. Früher habe ich es gerne geschaut und heute so gelegentlich. Wie sieht es aus der Ski-WM, wie laufen die Vorbereitungen jetzt für die neue Saison? Ja, leider ein bisschen schleppend. Es ist der Körperblock ein bisschen, nicht ganz hundertprozentig fit jetzt. Aber, ja, ich bleibe nach wie vor dran und versuche das noch irgendwie zurecht zu bügen. Wir sind neu für Berto!